Der Diele spuckt ihn in die Augen. So, da sind wir auch schon in der Arena bei diesem heutigen Kampf. Wie ihr seht, ich habe einfach eine runde Arena gebaut, in der Mitte einen Zaun durchgezogen. Den Zaun werde ich dann entfernen, wenn es losgeht. Und dann werden die beiden Kontrahenten hoffentlich aufeinander losgehen, nicht so wie im letzten Kampf. Und ich würde sagen, gar nicht lang schnacken, wir züchten die Dinosaurier. Der erste Kontrahent, wie ihr sicherlich schon im Titel gesehen habt, ist der Deinonychus. Unmodifiziert, wie immer. Und den brüten wir jetzt mal aus. Und dann schauen wir uns die Werte mal an. Also er hat einen Angriffswert von 42, eine Verteidigung von 13. Für so einen kleinen Saurier, weil der ist wirklich nicht groß, ist das wirklich nicht schlecht von den Werten her. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich schlägt. Wir brüten all seinen Kontrahenten aus und schauen mal, was der so für Werte hat im Gegenzug. Das ist der Dilophosaurus. Den kennen sicherlich viele aus den Jurassic Park Filmen, beziehungsweise aus Ark. Das ist dieser Dinosaurier mit dem Kamm, der immer so nervig spuckt. Ja, was ist das Säure? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall, er spuckt seine Gegner an. Und vom Größenverhältnis her kommt das sogar sehr, sehr gut hin. Und die Werte mit 47 im Angriff und 15 in der Verteidigung sind nahezu identisch. Also es ist wirklich schon nah dran, wenn wir hier nochmal gucken. 43, 13. Gut, der Dainonicus ist ein wenig schlechter. Aber wir werden sehen, ob das dann im Kampf wirklich Auswirkungen hat oder wer gewinnt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das ist ein sehr ausgeglichenes Duell. Also von der Größe, vom Gewicht auf jeden Fall. Und von den Werten her auch sehr, sehr knapp. Also das wird auf jeden Fall ein knapper Kampf. Ich bin sehr gespannt und ich bringe euch zurück, sobald es hier losgeht. Ich bin sehr gespannt. Der Dainonicus. Obwohl der Veliziraptor eher entdeckt wurde, war der Dainonicus der erste Raptor, von dem es wohl ein nahezu komplettes Skelett gab. Sein Name bedeutet schreckliche Klaue und er leitet sich von der 20 cm großen Hinterklaue an seinem Fuß ab. Mit einer Höhe von einem Meter, einer Länge von 3,2 Metern und einem Gewicht von ca. 100 Kilo zählte er zu den kleineren Teilnehmern von diesem Wettbewerb hier. Aber man sollte ihn dennoch nicht unterschätzen, weil mit seinen scharfen Zähnen und seinen scharfen Klauen kann er immensen Schaden anrichten. Ich bin sehr, 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 sehr. Der Dilophosaurus. Sein Name bedeutet Zweikamm-Echse und er leitet sich von seinen Zweikämmen auf seinem Schiedel ab. Diese Kämme benutzt er allerdings nicht als Waffe, da diese viel zu dünn und viel zu empfindlich waren. Er war eines der ersten Raubtiere und konnte nicht nach vorne schauen, weshalb er sich beim Jagen wahrscheinlich auf seinen Geruchssinn verlassen hat. Der Dilophosaurus hat keine Schützezähne im Klauen, die er als Waffen eingesetzt hat. Außerdem ist ein bekanntes Merkmal, dass er seine Gegner mit einer Art Gift bespuckt, um diesen die sich zu nehmen. Mit einer Höhe von 1,70, einem Körpergewicht von 400 Kilo und einer Länge von 3 Metern gehört er auch eher zu den kleineren Teilnehmern. So, die beiden Kontrahenten sind fertig für den Kampf. Sie sind gestärkt, sie haben gegessen, sie haben getrunken. Der Deinonychus trinkt hier gerade sogar noch. Ich zeige euch nochmal eben die beiden Kontrahenten hier. Ihr habt sicherlich schon gesehen, was hier vier scharfe Krallen er hat. Benutzt er auch als Waffen. Natürlich. Wir werden gleich sehen, wie er sie einsetzt. Ich bin sehr gespannt. Und ich zeige euch nochmal seinen Kontrahenten hier. Das ist der Dilophosaurus. Wo auch immer er sich gerade versteckt, hier vorne ist er. Der trinkt auch gerade. Die beiden ähneln sich schon stark. Also Körpergröße und so ist wirklich... Es wird wirklich ein spannender Kampf, glaube ich. Ich würde sagen... Oh, wir gucken jetzt noch einmal den Angriff hier von dem Dilophosaurus zu. Er bereitet sich nochmal vor. Schreit nochmal ein bisschen. Jetzt holt er sich die Ziege mit seinen Krallen und mit seinem scharfen Klein. Aber feinen Zehen. So, ich würde sagen, wir machen die Mauer weg. Und dann geht's los, Leute. Den ersten Kampf begutachten wir aus Sicht des Deinonychus, würde ich sagen. Und den zweiten Kampf aus Sicht von dem Dilo. Und wir müssen jetzt schnell sein. Wir müssen das jetzt entfernen. Dann gehen wir gleich in den Beobachtungsmodus. Da vorne treibt er sich gerade im Wald rum. Das ist schlecht. So. Deinonychus. Alle Augen sind auch dicht gerichtet. Bin sehr gespannt, wer sich den ersten Sieg hier holt. Das ist ein Best of Three. Das heißt, welcher Dinosaurier zwei von bis zu drei kämpfen für sich entscheidet, wer gewinnt dieses Duell. Und sie gehen auch direkt aufeinander los, Leute. Guckt's euch an. Fauchen sich an. Oh, die schnappen ins Leere. Oh, sie treffen sich. Ist immer sehr interessant, wie der... Ach du Scheiße, das ist ein spannendes Duell. Aber sie scheint sich nicht zu töten. Das scheint ein Unentschieden bis jetzt gewesen zu sein. Die beiden gehen auseinander, ohne dass einer gestorben ist. Also ohne dass einer ausgenockt wurde. Habt ihr gesehen, wie der Deinonychus ab und zu so zurückspringt und versucht, seine scharfe Fußkralle einzusetzen? Also das ist wirklich sehr interessant. Wir lassen das Ganze natürlich noch weiter geschehen. Die beiden gehen wieder aufeinander zu. Hier wird es auf jeden Fall einen Sieger geben in diesem Duell. Da bin ich mir sicher. Okay, der Kampf geht weiter. Die beiden sind schon sehr geschwächt. Oh Gott. Das wird böse ausgehen. Oh, das war wieder ein starker Hit. Und der Dillofosaurus hat den Kampf für sich entschieden. Das war ja wirklich ein sehr, sehr spannender Kampf. Habt ihr gesehen, wie er mit dem Kampf am Ende nochmal zum Sieg gefeiert hat? Er hat den Gegner nochmal getauntet, bevor er ihn gefinisht hat. Das war ein unglaublich spannender Kampf. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Dillo. Dieser erste Punkt geht an dich. Noch einen Kampf musst du für dich entscheiden. Dann kommst du eine Runde weiter. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich finde, dass der Deinonykos ein bisschen... Ja, das heißt gefährlich. Also er hat längere Krallen und so. Sieht ein bisschen mehr aus wie so ein richtiger Raptor. Aber nicht schlecht, Dillo. Also wirklich Respekt. Und ich würde sagen, wir starten direkt in den zweiten Kampf. Es ist wieder soweit. Wir entfernen die Zäune. Runde 2 steht an. Und ich bin sehr gespannt, ob der Dillo den Kampf und somit diese Runde für sich entscheiden kann. Und somit der Deinonykos ausscheidet. Oder nicht? Der Dillo scheint sich hier nochmal zu stärken. Sich einen kleinen Snack zu gönnen. Und ich hoffe, es geht jetzt gleich wieder so schnell los wie vorhin. Das ist ja das totale Gegenteil von dem ersten Kampf. Es ging hier sofort in die Vollen. Es ging hier sofort bis aufs Blut. Und der Dillo konnte den ersten Kampf für sich entscheiden. Jetzt kommt der zweite Kampf. Aber der Dinoikos kommt auf ihn zu. Und der Dillo geht auch zu ihm hin. Jetzt geht's los, Leute. Schnappt euch an. Es ist ein Hin und Her. Man kann echt schlecht sehen, wer wen trifft. Die beiden sind sauschnell. Es sind aber schon harte Treffer gefallen. Der Dinoikos blutet. Oh, der Dillo hat jetzt auch einen harten Biss abgekommen. Oh, die beiden scheinen sich wieder erstmal zu trennen. Das ist ja wie im ersten Kampf. Das ist ja fast hier wie so eine Wiederholung. Die beiden trennen sich. Aber das wird wahrscheinlich nicht lange anhalten. Die beiden scheinen sehr, sehr aggressiv zu sein. Also das sind auf jeden Fall gute Kandidaten hier für dieses Battle. Ich bin nur gespannt, wenn sie dann irgendwann auf einen größeren Gegner treffen, wie das dann aussieht. Weil Körpergröße und Gewicht nimmt natürlich auch viel aus. Aber die beiden haben halt schon sehr scharfe Klauen und scharfe Zähne. Ich denke, auch damit könnten sie selbst größere Saurier erlegen. Wenn sie es klug anstellen. Wir werden auf jeden Fall sehen. Der Dillo scheint sich jetzt hier erstmal wieder zu stärken. Ich hoffe, es geht gleich wieder in die Vollen. Falls es ein bisschen dauert, werde ich jetzt hier einen Cut machen. Und wenn nicht, dann bleiben wir natürlich dran. Also der Dillo, der trinkt jetzt sich erstmal und macht sich wieder ein bisschen fitter. Die beiden regenerieren. Ich weiß jetzt nicht, was der Deinonykus macht. Aber wir bleiben in der Sicht des Dillos. Okay, die beiden scheinen. Wo rennt er hin? Oh, die beiden. Da vorne ist er. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Wisst ihr eigentlich. Ich glaube, es geht jetzt gleich wieder in die Vollen. Und dann werden wir hoffentlich einen Sieger hier küren können. Oder gegebenenfalls noch einen dritten Kampf sehen, was ich am geilsten finden würde. Aber das können wir halt nicht beeinflussen. Kann der Dillo, so sauer ist, diese Runde für sich entscheiden. Wird der Deinonykus ausscheiden? Wenn es jetzt erfahren, in den nächsten Sekunden. Beiden schnappen wieder umher. Der Dillo spuckt ihn in die Augen. Der Kampf geht weiter. Der Dillo verhöhnt den Gegner und scheint auch das zweite Duell zu gewinnen. Unglaublich, Leute. Der Dillo hat sich 2 zu 0 gegen den Deinonykus durchgesetzt. Damit ist der Dillo Fosaurus weiter. Eine Runde. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich schlägt, wenn er dann mal auf einen größeren und schwereren Gegner trifft. Was wahrscheinlich im nächsten Kampf der Fall sein wird. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt den Dillo nochmal sein Winner-Winner Dinosaurier-Dinner, würde ich sagen, genießen. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Kommentar und einen Like freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Jurassic Battle. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Jurassic Battle.